Mehr als 5000 Migranten sind nach offiziellen Angaben in den vergangenen Tagen ins Zeltlager von Karatepe auf der griechischen Insel Lesbos gegangen. Auch am Freitag in der Früh bilden hunderte Menschen eine Schlange vor dem Eingang des Lagers. Bisher sind nach Angaben des Migrationsministers Notis Mittarakis 135 Migranten positiv auf das Coronavirus getestet. Sie sind im Zeltlager isoliert. Humanitäre Organisationen bemängeln, es gebe nicht ausreichend Gesundheitsfürsorge im Lager, das hat die Regierung in Athen zurückgewiesen. Nach dem Brand des Lagers Moria sind vergangene Woche auf Lesbos gut 12.000 Migranten obdachlos geworden. Viele zögern, das neue Lager zu beziehen, sie befürchten dort eingesperrt zu werden und fordern stattdessen von der Insel aufs Festland gebracht zu werden. Das fordern übrigens auch humanitäre Organisationen. Athen hält sich aber an das Abkommen der EU mit der Türkei vom Jahr 2016. Demnach müssen alle Migranten auf den Inseln bleiben, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Wer kein Asyl bekommt, muss in die Türkei zurück. Ein Sonderkommando der griechischen Polizei, darunter 70 Frauen, versucht seit Donnerstag allen voran, Familien zu überreden, ins Zeltlager zu gehen. Bisher laufe die Aktion gut, bestätigt ein Polizeisprecher. Wenn diese Phase mit den Familien vollendet ist, soll die Bereitschaftspolizei auch die Migranten aufsuchen, die sie vehement weigern, ins Lager zu gehen. Mit Flugblättern sind alle informiert worden, dass der einzige Weg aus Lesbos über ein Asylverfahren führe. Und das gibt es nur, wenn man im Zeltlager ist. Die Notlage der Flüchtlinge hat eine Flüchtlingsdebatte innerhalb der EU neu angefacht. Die EU-Kommission will nächste Woche einen Vorschlag für einen neuen Pakt zur Migration vorlegen. Er sieht laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Abschaffung der Dublin-Verordnung vor. Diese legt fest, dass für Asylanträge grundsätzlich das EU-Land zuständig ist, in dem ein Flüchtling zuerst europäischen Boden betritt. Das führte dazu, dass Länder an den EU-Außengrenzen wie Italien und Griechenland in der Flüchtlingskrise vollkommen überlastet waren.